Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich euch mal, warum es sich eigentlich für jede Klasse lohnt, das Schlachtfeld namens Alteraktal, welches ab Level 51 betretbar ist, zu grinden und dort eine ehrfürchtige Rufstufe zu erreichen. Egal ob ihr eher PvP interessiert seid oder euch lieber in Raids aufhaltet, das Alteraktal kann und sollte von jedem von euch gespielt werden, das definitiv einige coole Items mit sich bringt. Bevor wir aber ins Detail gehen, wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich wirklich extrem über den Daumen nach oben oder vielleicht da sogar ein Abo und einen Kommentar freuen. Vielen herzlichen Dank schon mal. Fangen wir aber einfach mal von vorne an. Das 40 gegen 40 Schlachtfeld namens Alteraktal befindet sich, wie der Name auch schon sagt, geografisch gesehen im Alteraktgebirge. Dort bekämpft sich die Horde rund um den Frostwolf-Clan mit der von der Allianz geführten Stormpike-Garde, diese seht ihr nach dem ersten Kontakt mit einem NPC besagter Fraktion auch bei euch im Ruffenster. Hier gilt es also für die blauen und epischen durch und durch lohnenswerten Belohnungen, die Rufstufen bis ehrfürchtig aufzusteigen. Zu den Belohnungen dann aber später noch ins Detail mehr. Eure Aufgabe im Alteraktal ist es, den gegnerischen General zu töten. Die Allianz muss dazu in die Festung in den Süden und die Horde ganz einfach in den Norden. War leichter gesagt als getan. Dieser wird nämlich von vier Wachen bewacht, die ordentlich zuhauen können. Es hat allerdings froh bzw. traurig, wir spielen das Schlachtfeld in der Version 1.12, in der sämtliche NPCs schon gut genervt wurden. Die vier Wachen des Generals könnt ihr verschwinden lassen, indem ihr die Türme bzw. Bunker der Gegner, die tierischen Fraktion zerstört. Jede Fraktion hat sinngemäß vier davon. Nehmt ihr also einen Bunker oder Turm ein, verschwindet eine Wache und der Kampf wird dadurch etwas leichter. Außerdem bekommt ihr dafür Ruf. Ich gehe aber später noch darauf ein, für was ihr wie viel Ruf genau bekommt. Jetzt gibt es noch die Friedhöfe, die aber, denke ich mal, relativ selbsterklärend sind. Nehmt einen der sieben Friedhöfe ein, um von kürzeren Laufwegen zu profitieren, was aber nicht immer ein Vorteil sein kann. Dazu dann aber vielleicht in einem späteren Video noch mehr. Jetzt gibt es noch die beiden Captains der jeweiligen Fraktion. Bei der Horde ist es Käpt'n Gelvingar, der sich in der Eisblut-Garnison befindet und bei der Allianz Käpt'n Balinda, welche sich in ihrem Stone-Half-Außenposten zurückgezogen hat. Jeder Käpt'n gewährt der eigenen Fraktion in regelmäßigen Abständen einen Buff, der die Gesundheit der Kämpfer um 20% erhöht. Liegt der Käpt'n des Gegners im Dreck, gibt es keinen Buff mehr. Doch nicht nur das, zusätzlich gewährt euer Käpt'n euch einen stärkeren Buff. Wenn ihr den Käpt'n des Gegners umhaut, winkt Bonus-Ehre und Bonus-Ruf. Außerdem spawnen einige NPC-Truppen nicht mehr. Das letzte Objekt, welches wir noch nicht angesprochen haben, sind die Minen. Wenn ihr diese erobert, indem ihr den Boss umgehauen habt, bauen die Mienarbeiter Vorräte ab. Um diese einsammeln zu können, benötigt ihr allerdings eine Forquest. Diese bekommt ihr von den Quartiermeistern in eurer Fraktionsfestung. Sobald ihr genügend Vorräte gesammelt habt, können Bodentruppen zur Unterstützung gerufen werden. Dazu aber ebenfalls später noch mehr. Zu guter Letzt patrouillieren Leutnants die Straßen und Kommandanten, bewachen die Türme bzw. die Bunker. Wenn ihr diese umhaut, winkt Bonus-Ehre und Bonus-Ruf. Außerdem spawnen auch hier einige NPC-Truppen nicht mehr. So, jetzt kennt ihr die Basics. Wie fange ich aber an? Gibt es eine Quest, wie oder wo starte ich am besten? Bei der Allianz geht ihr nach Ironforge und nehmt die Quest, die hoheitliche Anordnung bei Leutnant Rowtime an. Bei der Horde startet das Ganze bei der Botschafterin Rockstorm in Ograma. Beide Quests schicken euch jetzt in das Alterac-Gebirge zu den jeweiligen stationären fraktionsabhängigen Hubs. Nehmt hier jetzt alle weiteren Quests an, die es gibt. Vor allem die Quest, welche mit die Schlacht um Alterac beginnt, die bei beiden Friktionen gleich heißt und von euch verlangt, den gegnerischen General zu töten. Also einmal das Schlachtfeld zu gewinnen. Dafür bekommt ihr dann eines der folgenden Items, welche für frische Level 60er definitiv ein geiles Upgrade sein kann. Vergesst nicht, die Quests sogar schon ab Level 51 anzunehmen. Außerdem unbedingt die Quest-Flaggenjagd machen. Dort müsst ihr eine Flagge in der Mine aufstellen und bekommt dann das erste Schmuckstück, mit dem ihr euch in eure jeweilige Fraktionsfestung zurückporten könnt. Umso höher eure Rufstufe wird, umso besser wird auch das Schmuckstück. Das könnt ihr euch zudem ganz einfach, wenn ihr schon hier seid, auch direkt vor Ort für das Schlachtfeld anmelden. Ihr könnt natürlich aber auch einfach direkt in den jeweiligen Hauptstädten bei den Kampfmeistern euch für das BG anmelden. Sprecht am besten eine Wache an und fragt nach den Kampfmeistern. Zudem gibt es jetzt noch diverse wiederholbare Quests, die in eurer Festung anzunehmen sind und eurer jeweiligen Fraktion das Leben etwas leichter machen können. Beim Schmied könnt ihr zum Beispiel Rüstungsfetzen abgeben, welche ihr von besiegten Gegnern einsammeln könnt. Wenn genügend abgegeben wurden, bekommen alle einen Buff, der eure Rüstung erhöht und eurer jeweiligen Generäle dazu ermutigt, in regelmäßigen Abständen weitere Verstärkungen für Nahkampf- bzw. Zauberschaden zu verteilen. Aktivieren kann das allerdings nur ein Spieler mit mindestens der Rufstufe Wohlwollend. Bei den Stellen gibt es eine Quest, bei der ihr zuerst Frostwölfe bzw. Widder Zermen, Bälge sammeln und anschließend die Kavallerie rufen könnt. Ebenfalls zum Aktivieren Wohlwollen vorausgesetzt. Die Luftwaffe könnt ihr rufen, indem ihr Kommandanten in Türmen bzw. Bunkern befreit, damit diese sich zurück zur Festung begeben. Jeder dieser Kommandanten besitzt die Fähigkeit, eine Lufteinheit zu beschwören, die dann durch das Alteraktal patrouilliert. Um die Beschwörung durchzuführen, müsst ihr den Kommandanten jeweils zig Einheiten einer bestimmten Ressource bringen, die ihr von besiegten Spielern und NPCs erhaltet. Ein Spieler mit respektvollem Ruf bei der jeweiligen Alteraktalfraktion kann dann ein Leuchtfeuer platzieren, um einen Luftschlag bereits beschworener Lufteinheiten zu befehlen. Um die mächtigsten aller Kreaturen zu beschwören, müsst ihr bei gefallenen feindlichen Spielern Sturmkristalle bzw. Blut eines Stormpike Soldaten finden und in eurer Fraktionsfestung abgeben. Nachdem genügend abgegeben wurden, begeben sich der NPC samt Anhang zu einem Beschwörungsort, um dort entweder den Waldfürsten bei der Allianz oder den Eislord bei der Horde herbeizurufen. Diese ziehen nach einiger Zeit Richtung gegnerischen Festungen und können gebufft sowie geheilt werden. Ich möchte jetzt allerdings nicht auf alle Quests ins Detail eingehen, weil das einfach komplett den Rahmen sprengen würde. Ich verlinke euch aber mal das englischsprachige Video von der guten alten Quizzi in der Videobeschreibung, da geht diese wirklich auf alle einmalig abzuschließenden Quests bis ins Detail ein. Gehen wir jetzt aber mal auf die Rufbelohnungen ein. Im Alteraktal gibt es wohl einer der besten Rufbelohnungen von allen Fraktionen im Spiel. Ab freundlich gibt es Mana und Teiltränke sowie Runenstoffverbände, die allerdings nur im Schlachtfeld benutzt werden können, sowie den jeweiligen Fraktionswappenrock. Ab Wohlwollen kommen direkt ein paar gute PvP-Umhänge, Halsketten sowie Gürtel dazu. Für frische Level 60 hat definitiven Blick wert, vor allem da diese ab Level 55 tragbar sind. Respektvoll bringt euch dann Items wie die Gletscherklinge, ein durch und durch ganz netter Dolch, den Blendstab mit ganzen 25 Ausdauer und 16 Int, sowie 15 Zauberschaden und nicht zu vergessen für unsere Jägerfreunde blaue Köcher bzw. Munitionsbeutel, welche genauso viel Distanzangriffstempo geben wie das epische Laminarblatt. So, fangen wir mal an, warum die meisten wahrscheinlich hier sind. Die epischen Belohnungen auf der Rufstufe eher fürchtig und glaubt mir, die können sich definitiv sehen lassen. Einer der Hauptgründe, warum ich als Heiltroide definitiv AV abfarmen werde, ist der Kranz des Lebensspenders. Die Offhand hat einfach mal 53 Plus Heilung sowie 3 Mana pro 5 Sekunden. Aber auch andere Offhands, die auf eine Zauberklasse ausgelegt sind, können sich mehr als sehen lassen. Zündung gibt es noch mit Terrazans Berührung eine Offhand, welche nicht für eine bestimmte Zauberklasse gilt, aber machen wir mal weiter. Die unaufhaltbare Macht, ein dicker Zweihandkolben, welcher bei Trefferchance das Ziel für eine Sekunde betäubt, 2 Kritt hat, sowie 19 Stärke und 15 Ausdauer bringt und haltet nicht für verrückt, aber auch durch und durch trotz des Effektes für Feraltroiden zu gebrauchen. Auch das unbewegliche Objekt, ein starkes Schild für alle Tanks oder auch reine Heal-Pvp-Paladine bzw. Schamanen. Weiter geht's mit Don Julios Band. Leider einzigartig und nur einmal tragbar, hat aber einfach so gut wie alles drauf, was man als Melee-Klasse gebrauchen kann. Ein Crit, ein Hit, 16 Angriffskraft sowie 11 Ausdauer spricht er denke ich für sich. Der Geistesbrecher, ein definitiv sehr starker PvP-Dolch, sowie Don Rodrigos Band für Priester, Magie und Hexenmeister. Der Ring erscheint auf den ersten Blick meiner Meinung nach gar nicht so stark, allerdings werden eure Feinde im PvP durch und durch Gegenstände tragen, welche alle plus Widerstände geben, wie zum Beispiel die Tier-Sets. Zu guter Letzt natürlich die Reittiere. Bei der Horde gibt es hier den Frostwolf und bei der Allianz den Streitwetter. Jede Rasse der jeweiligen Fraktionen kann diesen reiten und das für geschlagene 640 Gold. Sieht aber auf jeden Fall geil aus und ist für alle Spiele eine Option, die nicht bei Ironforge bzw. Okroma einen ehrfürchtigen Ruf mit Stoffspenden machen wollen. Ich werde mir das Ding als dicker Tauger aber auf jeden Fall holen. Wer an den Kämpfen im Alteraktal teilnimmt, erarbeitet sich ganz automatisch Rufpunkte für die eigene Alteraktal-Fraktion. So bringt euch zum Beispiel ein toter General 389 Ruf, ein besiegter Käpt'n bzw. Lord 125 Ruf und jeder zerstörte Turm 12 davon. Dazu kommen natürlich auch noch Rufpunkte für besiegte Kommandanten, Leutnants, NPC-Wächter und Spieler. Am Ende der Partie werdet ihr dann auch noch für zusätzliche Ziele belohnt. Wenn euer Käpt'n noch lebt, winkt zum Beispiel 125 Ruf. Jeder kontrollierte Friedhof, jeder Turm und jede Mine bringen je 12 Ruf. Dazu kommen je 18 Quests für das Alteraktal, über die ihr euch in den meisten Fällen 250 bis sogar 500 Ruf verdienen könnt. Also brav alle Quests erledigen. Wie ist eigentlich eure Meinung zum Alteraktal? Hättet ihr lieber mit einem anderen Patchstand gespielt und falls ja, warum genau? Wollt ihr bis ehrfürchtig machen und habt ihr sogar ein spezielles Item im Auge? Wollt ihr euch vielleicht sogar das Mount für eine schlappe 640 Gold kaufen? Haut mal bitte euren Kommentar dazu raus, eure Meinung würde mich da wirklich brennend interessieren. Jetzt gibt's noch einen Tipp zum Schluss. Ich kann euch, wer genau wissen will, wie lange es noch dauert, bis ein Bunker bzw. Turm eingenommen ist, das Addon namens Capping Battleground Timers empfehlen. Dort seht ihr ganz einfach in einer Leiste, wie lange das Ganze noch dauert. Ein neues Addon Video zu meinen 5 besten PvP Addons sollte aber denke ich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Bleibt also gerne dran und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie gesagt mega um einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. In diesem Sinne, mögen die Schlachten beginnen und immer genügend Mana Tränke mitnehmen, man weiß ja nie. Bis zum nächsten Mal.